Das Spieljahr ist zudem Nummer 5, Op. 10 von Frédéric Chopin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt lassen wir das Spieljahr abspielen und ich tue es mal so, ob ich auch mitspiele. Okay, jetzt geht los. Das Spieljahr ist zudem Nummer 5, Op. 10 von Frédéric Chopin. Das Spieljahr ist zudem Nummer 5, Op. 10 von Frédéric Chopin. Ja, jetzt geht los. Ja!